Moin Moin, hier ist Christian von The Mall, tätig, grüße euch. Ja, wir haben Weihnachten und ich habe heute ein Weihnachtsgeschenk auf dem Tisch. Und zwar aus der SpaceSide von Glen Ellichy. Und Glen Ellichy ist eine Brennerei, wie gesagt, aus der SpaceSide, wurde 1967 gegründet. Mitte der 80er Jahre gab es einen Produktionsstopp und sie wurde dann, meine ich, 87 auch geschlossen. 89 dann wieder neu eröffnet. Sie bekamen dann nochmal zusätzliche Brennblasen. Die brennen jetzt auf zwei Wash und zwei Spirit Stills und haben ein Produktionsvolumen von 4 Millionen Litern. Bekannt wurde diese Brennerei dann letztendlich auch durch den Kauf von Billy Walker, der vorher Glenn Glessow, Ben Riach und Glenn Dronach verkauft hatte, am Drown Foreman und den 2017 dann Glenn Ellichy gekauft hatte. Und ja, mit einem Konsortium zusammen hat er diese Brennerei erworben. Und auf einmal, zack, gab es eine riesige Core Range. Zack, gab es sehr viele Veröffentlichungen. Und er hat auch selber zugegeben, dass sie ein Portfolio an Fässern haben, aus denen sie schöpfen können, was wirklich zur Zeit noch unermesslich ist. Im Rahmen dieser ganzen Veröffentlichungen gab es auch die Single Cast Veröffentlichungen. Davor gab es schon welche und jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr gab es auch wieder neue Veröffentlichungen. Und aus dieser Veröffentlichungsreihe stelle ich heute den Glenn Ellichy Single Cask von 2005 vor. Er wurde gereift in einem Oloroso Pancheon, destilliert wurde er im 8. Dezember 2005 und gebottelt im Juli 2020. Es gab einen Outtour von 686 Flaschen und ich habe die Flasche 123 davon sogar hier mit Hand draufgeschrieben. Abgefüllt wurde diese Flasche mit 57,7 Prozent Volumen. Es wurde nicht gefärbt und auch nicht kühl gefiltert und das Fass hat die Nummer 4561. So, wenn man sich nochmal im Vorfeld die Farbe anschaut, ist das schon sehr dunkel für 14 Jahre. Also es ist schon echt, echt extrem. Da gab es noch weitere Abfüllungen, zum Beispiel den 16-Jährigen aus dem PX-Fass. Den hat zum Beispiel der gute Chris gestern vorgestellt. Da verlinke ich euch auch in meiner Infobox das Video von ihm, weil das sehr gut gemacht ist. Und auch, ja, weil der Kanal jetzt durch ihn auch wieder ein bisschen nach vorne gepusht wird und wieder neu auflebt. Und ich auch finde, dass man diesen Kanal wirklich nochmal sich anschauen sollte. Die Verpackung von Glen Ellichy fand ich bisher immer so ein bisschen, naja, sehr bunt. Glen Ellichy heißt ja auch Valley of the Rocks, was so viel bedeutet wie Teil der Steine oder Felsen. Und man hat dann, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein blöder Zufall ist oder wirklich sehr bewusst genommen wurde, diesen Schriftzug, der sehr an die Fred Feuerstein-Filme erinnert, genommen. Und die normalen Verpackungen sind, ja, relativ bunt. Oh, meine Kamerafrau ist gerade am Husten, das soll uns aber nicht stören. Bist du fertig? Sehr schön. Und diese Verpackungen sind sehr bunt gehalten und waren nicht so in meinem Sinne. Also der Schriftzug war in Gold, die Verpackung sehr bunt. Dann sieht man das hier so ein bisschen angedeutet, dieses Marmorisierte von den Felsen. Und diese Single-Cast-Abfüllungen sind zum Glück in so einem sehr stylischen Grau gehalten und, wie ich finde, wirklich sehr geschmackvoll. Indrin, wo wir uns gerade über Verpackung unterhalten, ist auch ein sehr tolles Thema. Hier drin ist so ein, ja, Schaumstoff, so ein Propylen-samtiger Schaumstoff. Kennt man aus, wenn man Gitarre spielt, aus diesen Gig-Bags. Und das riecht auch herrlich so nach Klebstoff und nach so ein bisschen, ja, diese Schiener-Dinger, die da produziert werden. Danach riecht das. Ist aber sehr schön gemacht. Hier steht nochmal was über den gelischen Ausdruck von Glenn Erlechi. Und das ist eben, wie gesagt, die Bedeutung hat, dass es eben das Tal der Felsen ist. Und dass die im Herzen der Space-Side angesiedelt sind. Am Fuß des Ben Rennes. Und ich glaube, der Fluss, aus dem, oder die Quelle, aus dem die das Wasser beziehen, ist der, glaube ich, Burn Water, heißt der. Fluss, oder diese Quelle. Also auch sehr cool gemacht. Und hier steht eben nochmal, dass das eben einer der letzten oder der wenigen in die unabhängigen Destillerien ist. Also quasi, dass die eben Billy Walker und diesem Konsortium aus Investoren gehört. Und eben kein Großkonzern. Ich glaube, sie nennen sich auch die Glenn Erlechi Distillers. Genau. Glenn Erlechi Distillers Co. Limited. Limited ist quasi die englische GmbH. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So, genug gesabbelt. Schauen wir doch mal, was der Whisky so in der Nase kann. Ich hatte mir gestern schon mal einen geschenkt, um das auch so ein bisschen zu feiern, dieses tolle Geschenk. Schönen Dank nochmal, meine Frau. Und das Schöne daran ist, was ich bis jetzt bei anderen, ich habe so drei bis vier andere Gländerliches probiert und war immer nie so richtig zufrieden, weil die mir immer zu süß waren. Da war aber so eine Bananenote drin. Hier habe ich diese Bananenote nicht. Hier habe ich erstmal so richtig schönes Leder. Auch so ein bisschen staubig-muffiges Leder. Da habe ich so eine richtig schöne Kaffeenote hier drin. Gleich von Anfang an. Dann so eine tiefe, dunkle Kirsche. Das aber auch nur so diese Fruchtigkeit kommt dann auf, ja, beim zweiten, dritten Riechen. Also nicht sofort. Aber man hat, wie gesagt, diese richtig schöne, tiefe, dunkle Kirsche. So ein bisschen Orangenzesten. Bisschen vielleicht bittere, orange Marmelade. Und dann diese richtig schöne Kaffee-Espresso-Note. Und diese ledrige Note, die jetzt ein bisschen Richtung Tabak geht. Toll. Also das finde ich auch immer so toll an Whisky, dass man immer diese Vielfalt an Aromen hat. Und das, obwohl man jetzt auch hier eine Oloroso-Fassreifung hat, dass man wirklich nicht vorhersehen kann, wie das ausfällt. Und das hat also, ich habe schon viele Oloroso-Sherry-Fassgereifte Whiskys getrunken. Aber das ist schon wieder was ganz Neues, was hier passiert ist. Schön. Sláinte auf euch. Wunderschön. Die 57,7 Prozent stören überhaupt nicht. Ich hatte ihn gestern dann noch ein bisschen verdünnt und fand nicht, dass das ihm gut zu Gesicht stand. Er wurde dann etwas fruchtiger, aber diese schöne, ledrige Kaffee-Note, die ging dann so ein bisschen weg. Das fand ich ein bisschen schade. Da wurde er mir jetzt ein bisschen zu beliebig. Vielleicht hatte ich auch zu viel Wasser reingemacht, aber jetzt so im unvernötten Zustand mit 57,7 Prozent. Herrlich. Toll. Samtiges Gefühl am Gaumen. Jetzt nochmal stärker diese Kaffee-Espresse-Note. Gefolgt von Orangen-Noten. Und hier auch nochmal so eine tiefe, dunkle Kirschige-Note. Wirklich schön. Und was jetzt noch so ein bisschen dazukommt, ist die nussige Note, die man eben auch von Oloroso-Cherry-Fässern kennt. Das ist echt toll. Also, wie gesagt, das muss ein sehr gutes Panschion gewesen sein. Man sieht es auch anhand der Farbe, die tiefe Mahagoni, was wir hier haben. Und dieser Geschmack ist überwältigend. Und ich darf natürlich jetzt eigentlich nicht wissen, wie viel der gekostet hat, weil es war ja ein Geschenk. Aber ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass dieser Whisky 108 Euro gekostet hat. Und das finde ich für diesen 14-jährigen Whisky wirklich toll. Also, der bietet wirklich viel am Gaumen. Und auch in der Nase. Also, an dem könntest du jetzt auch... Noch mindestens eine Stunde riechen. Das ist einfach richtig schön. Also, das ist genau mein Beuteschema. Nicht, weil jetzt die Farbe unbedingt zu tief ist oder irgendwas. Das bietet natürlich auch oder finde ich natürlich auch schon jetzt fürs Auge. Ist das natürlich auch toll. Aber ich finde einfach, dass der toll schmeckt und toll riecht. Also, bis jetzt für mich mein Highlight bei den ganzen Glendalechi-Abfüllungen. Ist, wie gesagt, nicht auch super günstig. Das ist Quatsch. Also, das jetzt behaupten wir totaler Irrsinn. Aber 108 Euro sind auch gut angelegt. Man kriegt dafür wirklich toll gemachten Whisky. Der einen nicht enttäuscht. Wenn man, wie gesagt, auf die vorgenannten Aromen steht. Auf dieses etwas doch herbe, bittere Sherry-Aroma. Auf dieses volle Sherry-Aroma. Auf diese Nussigkeit. Auf den Kaffee. Auf den Espresso. Auf das Leder. Leichte, ganz, ganz, ganz leichte Tabaknoten. Diese bittere Orange-Marmelade. Dann ist das wirklich für jemanden wirklich das gefundene Fressen jetzt an Whisky. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Whisky. Ich kann nur sagen, von mir aus. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt. Zu dem Preis überhaupt noch gibt. Denn vor Weihnachten sind relativ viele Sachen auch schnell weg gewesen. Aber wenn ihr den noch seht oder einen ähnlichen aus dem Oloroso-Fass, dann würde ich sagen, schreibt zu. Das soll es von mir aus heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Rest-Weihnachtszeit. Und bleibt mir gewogen. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.